Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Das Geschäft mit Leichenteilen. Eine einzige Leiche, konsequent verwertet, kann in den USA bis zu 250.000 Dollar einbringen. Weil in Westeuropa nur wenige bereit sind, ihre Körperteile nach ihrem Ableben zur weiteren Verwertung zur Verfügung zu stellen, besorgen sich einige Händler aus der Gewebeindustrie ihren Nachschub in Osteuropa, zum Beispiel in der Ukraine. Hier ist die Armut groß und die Kontrolle nicht sehr gründlich. Die Angehörigen wissen oft gar nicht, was mit den Toten geschieht, oder sie unterschreiben unter Druck Papiere, mit denen sie der Entnahme zustimmen. Dem verstorbenen Angehörigen werden dann zum Beispiel Knochen, Sehnen und Knorpel herausgetrennt und nach Deutschland verkauft, wo sie für Zell- und Gewebeersatz gereinigt, aufbereitet und weiterverarbeitet werden. Knochen werden zum Beispiel zu Knochenmehl gemahlen, menschliche Haut zellfrei gefriert getrocknet. Die Endprodukte gelten amtlich als Arzneimittel und werden den Ärzten, vor allem in der Orthopädie, auf den üblichen Vertriebswegen zur Verfügung gestellt. Die diesbezüglichen WDR-Recherchen haben nun ein weltweites Medienecho ausgelöst. Ukrainische Behörden haben in mehreren Städten Ermittlungen gegen Verdächtige aufgenommen und Leichenhallen geschlossen. Deutsche Behörden kündigten nach dem Bericht Inspektionen in der Ukraine an. Doch werden diese Inspektionen den Handel stoppen? Wäre es nicht viel wirkungsvoller, stattdessen die Einfuhr von Leichenteilen nach Deutschland zu unterbinden und die Öffentlichkeit über alle Fakten zur Gewebespende bzw. zum Geschäft mit Leichenteilen zu informieren?